Hallo und Willkommen zurück. Nee, wir werden jetzt mal die Leute nochmal befragen, an welchen Typen da ist, was irgendwie aus dem Weg räumen. Okay, ich hatte schon... Aha, Claudius... Who the fuck is Claudius Swift? Claudius Swift. Hier haben wir die Toilette. Claudius Swift. Nee, da ist er safe, aber wo ist Claudius Swift? Das bist du. Diese komische Karte. Ach hier, da ist er. So, also müssen wir doch hier lang. Die Toilette. Sorry, do I know you? Mhm. Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner is waiting for me. He's a very important man. Mhm. Oh mein Gott. Are you kidding me? How did you... That idiot. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? Hmm... What the hell? Dombrowski has us mixed up with the Crimson fleet? Honestly, this whole scheme has left a pit in my stomach since day one. Alright, you've made your point. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. You're pissed off? Imagine how Dombrowski is going to feel when we start stepping on his toes. Good. I hope you crush them so badly he'll be unable to walk. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some big wig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Gal Bank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. Okay. I hope you hurt, Dombrowski. Gut. Now can we go back there? Reingehen? We're supposed to be here. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Is she that? Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Okay. Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest in cutting edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? What's all you? And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Manipulieren? Ähm. Es gibt noch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Äh. Jawohl. Ähm. Wie den Preis? Jetzt noch nicht. Die Society Chair hat wirklich... ...eine Person. Hallo. Du bist hier für das Charity Event? Dieses Manipulieren macht vieles so viel einfacher, ne? Hm. Hm. Ähm. Ich bin Angst, dass das ein bisschen außerhalb meiner Schraubhaus ist. Ich arbeite für UC Security. Also ich glaube nicht, dass ich viel Hilfe sein könnte. Ich habe nichts mit Galbank. Ähm. Ähm. Okay. will den ein wenig ärgern die karte und kann man den preis nee das will ich noch nicht haben so musst du ihm ha ha Ich habe einen kleinen Gespräch mit Vera gesehen. Bleib das, und ich versuche, dass der Imbecile wird, dass du dich verletzt wird. Das ist der Grund, dass er dich verletzt hat. Das macht Sinn. Wir brauchen schweren Beweis auf ihre Scheme. Aber es wird schwierig sein. Der Problem ist, er wird nicht mit dir sprechen, Publik. Wir müssen Vera isoliert werden, damit er alles weiß, was er weiß. Vielleicht. Aber wenn etwas falsch geht, und er kann einen Alarm erheben, dann sind wir geblieben. Mit all diesen wachsenden Patronen anordnen, das Schiff schreit mit Sicherheit. Ich denke, wenn es eine Angelegenheit ist, wenn es eine Angelegenheit ist, es für alle Angelegenheiten zu entfernen, und die Angelegenheiten zu besuchen. Ich denke, die beste Chance, die wir haben, wäre zu temperieren, mit den Lebensmitteln. Manipuliere ein paar Kontrollen, und du kannst die Monitoring-Systeme nachdenken, dass es eine Angelegenheit ist. Und da hast du deine Angelegenheit. Eine Angelegenheit. Ich bin nicht besonders inspiriert von deinem Begegenheit von Liederschöne Angelegenheit hier. Keine Worte. Es wird so einfach wie es war, mingling mit den Gästen und der Party. Einfach ein paar Lose-Systeme, und du bist fertig. Einfach ein paar Dinge. Wenn der Herr Schöneer Sandin dir keine Probleme gibt, erzähl ihm, ich werde das Gästen, was erlangen, was erlangen hat. Ich möchte, dass du das als Last Resort benutzt, aber hey, was ist das Problem, wenn ich ein paar Krediten wenn ich auf der Brink von der Flucht wiederholen bin? All right? Anyway, ich besser starte zurück. Die Dinge sind sehr heiß, und es wird nicht lange, bevor Triton herauskommt, wie du hast. Okay. Wie komm ich denn hier? Die sind voll runter? Boah, ey. Krass, die Leiter. Der Chef-Ingenieur. Selbstzweifel. Okay. Naja. Ist da wieder eine Etage über mir. Hallo. Ähm. Ähm. Hey, man merkt das zu. Äh. Einsam bist. Ja, das wäre schön. Ich bin so bored hier. Ich habe die Deckpläten nur um ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich sage dir was. Ich werde nur ein bisschen nachdenken und nachdenken meine Leger. Vielleicht kannst du das für mich während ich weg bin? Alles klar? Ich habe ihn. Warte nicht Götze. Hübsch. Ich habe ihn. Hier läuft eigentlich schief. Alle müssen in ihre Kabinen. Ja, wir sind dabei. Ja, bin dabei. Danke. Muss nur noch mal die Kabine finden. Da ist er. Na? Jetzt haben wir beide ein Problem. So lege ich die einfach um. Hm. 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 Das ist klar. Nicht so viel Munition rum. So. Hier ist das. Also ist das zu Brosten. Wir werden eine Schiffwärmung. Wir haben eine Schiffwärmung. Bitte an deinen Kabinen in ordentlichem Form. Und bleiben dort, bis wir weitere Instruktionen erhalten. Ich muss nicht aufpassen. Muss ich raus machen. Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Excellent, excellent. So, before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. I pride myself on having an intensely thorough education, though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Rather astounding that you deciphered our communication attempt. It only took you a minute more than we expected for you to work through the calculus and participate in the discussion. But the rat models are notoriously unpredictable. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Okay. Ja, 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 ja was du brauchst? Du fühlst mich zu erzählen? Partner? Wie sagen Sie? Ich bin ein sehr lange Zeit gekommen. Ich habe dir eine, Doberbeach. Es ist kein Wurzeln. Es ist eine sehr alte Rössliche Sprache für Kommerade. Es ist das, was ich will dich von jetzt an sagen, also, get used to. Ok, hier den Preis, suchen wir uns den Preis und dann dampfen wir ab. Und dann machen wir hier einen Abflug. Ja, ich weiß, ich möchte auch nur noch raus. Kann ich vielleicht auf mein Schiff gehen? Nö. Ach, dahin. War doch schon richtig. Ah, hier runter. Schön zu sehen, dass mich keiner aufhalten will. Was ist jetzt hier irgendwie? Will ich den Sternsatz? Das ist so verwirrend. Ja, hier. Tada. Ab ins Cockpit. Und wie wir zum Schluss noch zurückkommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Bye, Taki. Bye, Taki.